Herzlich Willkommen in der Welt von MF-Interieur. Wir sind ganz besonders stolz darauf, im Jahr 2020 über 500 Küchenträume realisiert zu haben und damit zum Nr. 1 Darnstudio in Europa gekürt worden zu sein. Ich bin der Mario, ich bin schon seit Jahren in einer Familie durch die Höhen und Tiefen gegangen. Egal welche Bedürfnisse mir der Kunde bringt, ich finde es eine schöne und praktische Lösung. Außerdem sind nicht nur Küchen bei mir in Perspektive, aber auch Warnungen vom Boden bis zur Decke. Hallo, ich bin Sophie Watzdorf und bin seit der ersten Stunde im Unternehmen tätig. Begonnen habe ich im Verkauf und bin nun seit ca. 2 Jahren in der Sachbearbeitung. Zu meinen Aufgaben zählen das Einpflegen der Naturmasse, die Kontrolle der Küchen und das termingerechte Bestellen der MF Premium Konzepte. Im letzten Jahr habe ich für die Standorte in Forchdorf und in Ansfelden ca. 500 Küchen bestellt. Grüß euch Leute, ich bin der Jakob, ich bin gelernter Tischler und jetzt seit ungefähr einem Jahr bei MF Interieur. Am allerliebsten erstelle ich Gesamteinrichtungen für meine Kunden. Sprich von der Garderobe bis zum Schlafzimmer die selbe Handschrift. Und das Beste alles von einer Hand. Ich freue mich auf einen gemeinsamen Termin mit euch, damit wir mega Planung gemeinsam hinkriegen. Ciao! Hallo, mein Name ist Dennis. In meiner Tätigkeit als Aushilfe helfe ich überall mit, wo ich gebraucht werde. So kann ich mir neben meinem Studium etwas dazu verdienen und gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln. Hallo liebe Leute. Willkommen bei der MF Family. Jeder kann es hier schaffen, das Beste aus sich rauszuholen. Neben unseren Top-Verdienstmöglichkeiten hat jeder die Chance so ein Auto zu fahren. Ab 1,5 Millionen Euro Jahresumsatz darfst du dir deinen neuen BMW bestellen. Und zwar so wie du ihn möchtest. Wie in meinem Fall wollte ich natürlich die schönste Ausstattung, ein schönes Endpaket und was gibt es mehr als eine schöne Wertschätzung. Bewirb dich jetzt bei uns! 2 Endpaket Mittlerweile bieten wir unseren Kunden nicht nur Küchen an, sondern auch die Möglichkeit zur Planung eines MF Premium Gesamteinrichtungskonzepts.